Mein Name ist Thomas Michaels, ich bin Mitarbeiter im Projekt der passgenauen Besetzung hier bei der IHK Berlin. Sehr gern können ausbildungsinteressierte Bewerberinnen und Bewerber, die auf dem Weg in eine passende Ausbildung sind, vorbeikommen. Wir gehen dabei gemeinsam deine Bewerbungsunterlagen durch und du erhältst aus dem Blickwinkel der Wirtschaft ein umfassendes Feedback. Zusätzlich bekommst du wertvolle Tipps für zukünftige Vorstellungsgespräche. Im Anschluss an deine Beratung gleichen wir deine Qualifikation und Stärken mit den Unternehmensprofilen ab und nennen dir die Ausbildungsbetriebe, die zu dir passen können. Du rufst einfach an, sagst welcher Beruf oder welche Branche dich interessiert und kommst zu uns in die persönliche Beratung. Du möchtest gerne eine duale Ausbildung machen und bist auf der Suche nach dem richtigen Betrieb? Dann nutze den Service der passgenauen Besetzung der IHK Berlin.